Donnerstag, 5. September 2019, willkommen zu einer neuen Episode des Rocket League Esports Shops und heute gibt es wieder ganz viele neue Sachen, also würde ich sagen, schauen wir mal direkt rein und ihr seht schon linke Seite, der Ghost Octane ist nochmal da, richtig, richtig nice, den kann ich wie gesagt nur jedem empfehlen, das sage ich immer wieder, aber dieses matte schwarz sieht natürlich richtig nice aus mit dem reflektierenden Ghost Logo, absolut nice. Und ja, ich glaube auch, natürlich neben TSM das Einzige, was so schwarz-weiß ist, aber auch wirklich schwarz ist, weil das ist schon richtig nice, deswegen absolut cool auf jeden Fall. Rogue ist drin für den Dominus, was ich auch richtig nice finde, kann ich immer nur sagen, mit dem Dominus so kleine Details, wie zum Beispiel, dass das Rogue Logo hier cool, irgendwie, beziehungsweise die Schrift noch richtig cool reingemacht worden ist. Also für die Leute, die vielleicht nochmal was für ihr blaues Team suchen, dann, ja, zwei Banner sind auf jeden Fall weiterhin drin, und zwar zum einen von G2 und zum anderen von Mouseboards, jeweils für 100 Tokens, das heißt also, wenn ihr wirklich auf Banner steht, dann habt ihr hier auf jeden Fall die Auswahl. Und dann haben wir noch eine Dominus Sache drin, dann nicht für den blauen Wagen, sondern für die rote Version, und zwar Mouseboards ist drin, was ich auch ziemlich cool finde, muss ich sagen. Hier denkt man auch an alle Details, Logo hinten, Name hinten, an der Seite nochmal ein Namen, vorne Logo drauf. Ja, sieht schon nice aus, schwarz-rot, ist schon eine coole Kombination, ich meine, wir haben auch Energy drin, was ja ähnlich ist von der Kombination her der Farben, trotzdem ist Mouseboards auf jeden Fall nochmal so ein bisschen eigen, muss man sagen, also ziemlich nice. Und natürlich das große Highlight heute geht an Vitality und die Apex, die Exotic Reels für 1000 Tokens, ist natürlich eine Menge, Menge Tokens, muss man sagen, aber schon coole Reifen. Das kommt jetzt bei dem Fennec, den ich hier gerade fahre, aktuell nicht ganz so zur Geltung, aber ihr wisst, die Apex haben ja innen drin auch nochmal sozusagen auf der Innenseite diesen coolen Ringen sozusagen drumherum. Und das ist dann zum Beispiel beim Octane ziemlich cool zu sehen, bei Autos, die zumindest das ja offen haben vorne. Und deswegen kann ich nur sagen, sind die richtig nice, vielleicht auch direkt in Kombination mit Vitality, was wir ja auch vor kurzem drin haben und auch immer wieder reinkommt, dann macht das schon Sinn. Also schreibt mal gerne rein, was euer Highlight ist, wie gesagt, meins geht heute raus an Vitality und natürlich Ghost. Immer wenn Ghost drin ist, ist das eines meiner Highlights zu 100%. Schreibt gerne mal rein, was euer Highlight ist und wie immer, wenn ihr es wieder cool findet, lasst gerne einen Like, da ist gerne ein Zapter und dann hören wir uns morgens in der neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.